Stein down. Job noch. Noch einer Stein und Robber. Schlimmerpardoss bitte. Alles noch einer. Ich bin wieder von hinten. Du hast den letzten mit mir goldenen. Ich kann den zeusen. Fuck wo? Insel. Insel. Insel? Was ist denn Insel? Ja, ja, Cube halt. Ich versuch's zu zeusen. Da steht es mit dem Brücken zu mir. Oh ja. Oh ja. Schreib doch was. Schreib was. Schreib was bitte. Schreib. Hallo, Motherfucker. Nein, ich schreibe. Ich schreibe gerade. Du verdient. Du verdient. Ich wollte grad Turnaround schreiben. Scheiße. Scheiße. Lass mal jetzt hier boosten hier hin. Oh fuck. Ja. Ich booste vier Manni hoch. Und lock die an. Und ihr droppt dann auf die oder sowas. Oh ja. Oh ja. Das ist die Premium Strat. Den uns halt. Ja, die sehen euch nicht. Die sehen euch. Man sieht euch ja nicht. Nee, nee. Man sieht euch ja nicht. Profi Strat. Ja, bleib da rum. Bleib da rum. Die können nichts machen. Da ist er. Ich krieg mit rechts. Versteck dich. Ja, Freddy. Ich hab zwei schon angehittet. Ich hab zwei schon angehittet. Das ist safe. Das ist safe. Oh, die boosten. Da kann man nicht hoch. Da kann man nicht hoch. Da kann man nicht hoch. Keiner Megapremium in die Gegend boosten. Die Rumbusten, oder? Die Rumbusten echt? Nein. Nein. Das war ja krass. Und irgendwas einfach. Oh, noch mal. Das hat die auch. Noch ein. Oh nein. Ja. Das ist so laut. MusiCat war beim Supertalent. Hab ich heute erfahren. Letztes Jahr. Du warst. Ja. Die hat da so einen Lolli abgelutscht, der 30 Zentimeter lang ist. Ne, ist kein Fake. Schlecht. Äh, kurz. Katast, ganz viel Gangtime mehr. Katast, komm. Katast, komm. Hä? Ich bin schon weh drauf. Wo kam das denn her? worse? Ja. Scheiße Ma Auto und Truck, Edge, Auto und Onside. Kim, mach mal ein Frack fertig. Ich bin doch schon da. Was war das denn? Was? Ich meine genauer, ruhig das Park. Das Kind holt rein. Getriggered, hier holt Onside. Ich krieg Atomnades, man. Bitte holt die Runde, ich hab wieder zwei Packs. Ah ja, der hat's. Baby Rage. F*** Baby Bastard. Das Kind hat einfach Krippe. Großartig, Mann. Desi, you play Middle? Hey, hey, hey! Das ist so weit, äh, gleich mal, äh, Dorte. Ja, ist okay. Und das entschuldigt sich halt drei, das ist einfach so eine Schuss, Dorte. Ein Familienvater, Dorte. Rostfuß, Murensohn. Ich hab's nicht genannt. Ich hoffe, ihr verliert die Runde, ich stehe ab. Ich mach meine Waffe weg, ich bleib hier stehen. Ich geh übers Außen kurz. Mitte unten. Letzte Mitte unten. Boah, Alter, was ist das denn, Alter? Boah, der kam aber unerwartet. Wie so'n Gollum, Alter. Ah, da kam alles raus. Der ganze Feinstau war süß. Wenn ich morgens aufwache, ich huze aber erstmal eine Dreiviertelstunde. Ohne Feinstau hier. So wie dein Nachbar. Ja. Ohne Feinstau hier. Ohne Feinstau hier. Ohne Feinstau hier. Die ganze Nacht tust du ja so. Ich war nachts nur... Ich wach halt nachts auf, weil ich denk, der Wind pfeift. Aber das ist einfach mein Nachbar, der... Das ist der Nachbar. Guck, ich wüsste ein Wichser, Alter. Folgt mir einfach, ich zeig dir einen Trick. Nee. Einen Trick kenn ich schon. Nee, nicht, aber von Bardock sehr echt. Wär clean. Ja. Nee, du willst doch malen. Ja. Ich geh vor. Ja, Winnie. Ich verhänke. Ich hab so ne ungefähr... 80% Quote. Nee, mach nix. Und töd. Toll. Was ist ab? Ich werd geblockt von meinem Lomade, Mann! Winnie, pass auf. Du musst das auch von links nach rechts machen. Das ist einfach. Hier in einer smoothen Bewegung. Guck, so. Und rund. Und die aim ich ab. Und die wollen tasern! Ach, Mann, Alter. Habt ihr's alle geschafft? Ja, ich hab's geschafft halt. Das ist halt gar nicht so schwer eigentlich. Aber von links nach rechts ist einfach. Trinkt nichts mit dem Kevlar Kauf, oder? Nee, nee. Die stehen close an der Kante. Ich glaub, ich lass mich einfach flach runter segeln. Und hol ein. Du holst den Bad. Aber die sterben halt eher und deswegen... Oh ja, ich bin dabei. Oh, die Leete ist unter voll. Obacht? Weit? Ja. Warte, warte noch ein bisschen. Warte, ich mach mit. Warte, warte. Okay. Das ist gar keiner, Mann! So gewastet, Alter. Wir sind schon A-Drop. A-Drop. Hat 50 AP. Ich hab keinen Kit. Ich hab's doch einfach... Es gibt heute so safe, mein D-Rank. Das ist halt der absolut geilste McClendon. Die hab ich seit ich CSG aufstehe. Das war mein erster Skin. Ich hab's ja immer noch... ... gehoren sollen. Push Mitte durch. A, glaub ich. Weil die kämpfen vor A. Hier, 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 hier! Sag doch A, Alter. Hier, 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 hier! Hier, hier! Hier, hier! Hier, 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 hier! Das ist... Hier, hier, hier! Hier, hier, hier! Ich hab's... Du hast ja auch... ... schade. Du wirst nicht... Und solltest das auch noch heißen, Alter? Ja, hier! Wolltest du jetzt sagen? Hier, hier, hier! Ja, hier, hier! Noch? Hier, hier, hier! Call gleich auch mal so, wenn weh kommt. Hahaha... Mit, mit, mit! Die pieken ja nicht. Die machen da... Die spielen's eigentlich gut. Komm mal hier! Ich verstehe gar nicht, warum wir immer Meiden bekommen von den Mates Und dann wird mein Auto geklaut Scheiße, ich muss mal kurz weg Nein, die stacken ineinander Oh, ist das traurig Komm, dann darfst du leben Hä? Ich hab mal Ei gelegt, Alter What the fuck Ich aim jetzt lang Ja, chill, chill, chill Ich aim von Mitte lang Nicht peaken, ich schrei einfach, wenn du rumziehen musst, okay? Kannst du death bleiben? Ja Ja, wenn ich fotze schrei, muss ich rumziehen Fotze! Ja, ich wollte nur gucken, ob du regehst Okay, jetzt war ich der Self von Ach, schau Ich will jetzt nicht Doi! Hä? Du hängst da einfach Hä? Self-Boost, hä? What the fuck? Ich komm nicht weg! Ich komm nicht weg! Mann, so gehen, Mann! Chillt einfach raus Als würdest du surfen oder so Siehst du das auch? Ghost Rider, euer Matchmake ist einfach Du verifizierst dein Account mit deiner Handynummer Und dann gibst irgendwann in naher Zukunft Ne Triple Nade Ach du Scheiße, Alter Da kamen 5 Nades Oh ja Ich lass mich überraschen, bis auf das richtige Game Direkt in der Astro-Rolle Jetzt ist es direkt gesehen Haben sie direkt Alter! Guck mal schnell ins Stream, was ich für einen Jump geschafft habe Der ist ultra schwer Der ist echt ultra schwer Einfach First Try Den hab ich mal eine Weile lang probiert Hab ich nie geschafft Und jetzt einfach First Try Welchen? Bist du dran? In meinem Marsch? Ja, ich bin Ja, geh hinter mich Geh hinter mich weg So, den hier Oh, ich bin den einfach Und dann da drauf Ich glaub drei Leute haben mich Ja, ja 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 Das sind die verwirrt Ja, das sind die verwirrt Wtf Der hat Hit Oh, was? Den musst du haben Den musst du haben Nee Oh, Beste Life Deutschland Der war 2 gegen 5, Alter Ich ja Ich weiß nicht, ob das hier auf dem Schreckenach geht So lange wir bergab rennen Reit, direkt Ja Ja Boah, war das sick, Alter Boah, war das sick, Alter Und dann gucken Das ist ultra am Raven Das ist ultra am Raven Sight ist frei Ähm, maybe backstabbing von B Was, da, gegen? Double kill Oh Hä? Er nimmt es einfach so in das Hühnchen Krieg einen Molotow auf den Kopf Das Hühnchen blockt es einfach nicht schlecht Das ist CSGO Das hält nicht so wieder CSGO realistisch Das wird Gaming Bunden Aber die Hühnchen gehen nicht von Malotow Das ist 2 Leute, die pushen in Nandilang Weißt du doch nicht Woher weißt du das? Du hast dich geschworen, der redet gar nicht mehr Du kommst einfach seriös rein Und der kommt irgendwas auf irgendeine Schraube Die pushen ab Support, support, du Motherfucker Mann Behind what? So noch Da Spot, spot Am See Freddy on 3 Am See Am See, Freddy Am See Was ist denn für ein Was ist hier an See, Alter? See, da Da, genau Am See Man, siehst du das Wasser nicht? Am See, Mann Warte, komm Am See, Alter Du hast nicht mal Wasser, Alter What the fuck Der brennt nicht Der stand doch in Malotow schon Oh Oh Was? Oh Linke Seite ZTBase Ach, Mann, Alter Was ist denn das mit P2000, Alter? Gibt nur zwei Headshots War Udo noch zwei? Äh Wo, 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 Hack? Hä, wo denn? In der Mk ZTBase Ach, da, Alter Ich hab den nicht gesehen Aber null ZTBase Ich hab sie Nochmal machen Ja Ja Diesmal hab ich ne Flash Ich bleib mal Ich bleib mal Dings euch stehen Flash kommt Was? Alter, was? Ach, du Scheiße Was? Der hat angemacht, der holt uns Der hat angemacht Der kommt rum Und drückt zweimal auf die Maus Und der fliegt alle weg Und ich kassier auch noch Ich will nicht mit decken 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 Mitte war was Die war ja krank, die Clash Deswegen Schally M4, Mann Direkt in den Kopf Deswegen AF 4 Scheiße Kann man einen so töten Beide, beide da Der mit da oben ist anscheinend jetzt Auch mit dem anderen Die sind da bei Direkt irgendwo vor dir, Leonard Dächeln 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 Das war geil, Alter Ach, ich muss ja krasses Gameplay Für Tapsen präsentieren Achtung Direkt ein Trick Hier hinstellen Unten an die Null aim Ganz nach rechts Und schießen Da ist die Fliege wieder Letzter Ey, die geht dich down, Alter Die hat das Movement des Todes, ey Von auch so eine ultra nervige Fliege Ich hab jetzt so viele irgendwie Ich hab im Badezimmer zwei Und hier hab ich auch zwei Ja, ich auch nicht Sonst hatte ich bei Meinen Eltern hatte ich immer nur Mücken Und jetzt hab ich Fliegen auf einmal Und die in meinem Arbeitszimmer Die ist seit 5 Tagen gedreht Und die hat das Ultra-Foon-Movement Ich versuchte hier zu snacken Und die muft mich immer Das Hass ist aus Ich hab halt so Wie du die gerade versuchst wegzuklatschen In der Kopie zu Mössig Ja, 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 ja Hey, what the fuck Hä? Loll? 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 Alter, was? Was ist die denn da reingesteckt, alter fuck? What the fuck? Vielleicht wieder Action Dann hab ich sie Bomb-Lick für Connector Nino, für dich CT CT Loll, die Nate Hab noch Flash-Banks Marius hat noch zwei Alter, die Nate hier drin Loll? Loll Bestell die doch mal Ja, die dreht Lifetime Hä? Ich kann die nicht nehmen Kastor v 진 v v v Auf'n LKW und On-Spot. Aua Mann! Da ist er noch einen. Woher? Ich muss ja Hawk tasern. Ich hab' 20 Euro für. Nee! Ja! 20 Euro für! Ja! Lächerlich! Wenn die jetzt nicht kommen, alter Phil. Hä? Sag mal, wie viel Geld hab' ich für dieses Spiel ausgegeben? Warum refund dich nicht? Was ist das denn hier? Ich hab' hier so Schatten auf Lang von Satis, die schon lange tot sind, aber die Schatten, die sind hier noch so, als würden die noch an der Kante stehen und up-aimt. Nee, nee. Nee. Für die Maus. Einfach so'n Vorstand. Yes! 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 Wie hockt der denn hier? Boah, man, hier drei Leute drauf, alter. Auf einmal ist das da aber voll. Das ist so krank. Dem mach' ich safe im Matchmaking-Abenteuer. Irgendwas Gutes in die Hand. Das ist so krank. 抖en wir' mit dem Hand This Is weiter display. Bis zum nächsten Mal.